Mein bester Freund wurde süchtig nach Genshin Impact. Seit Monaten fehlt jede Spur von ihm. Ich muss herausfinden, was damals passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Dazu habe ich nur eine einzige Möglichkeit. Ich muss Genshin Impact selber spielen. Was glaubt meine verspielte Nachtwüchse? Freunde, ich habe euch vor einiger Zeit mal das Spiel Genshin Impact empfohlen. Das ist ein wunderschönes Open-World-Spiel im Anime-Stil. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich mache normalerweise keine Let's Plays auf dem Kanal. Aber ich habe gerade eine Kooperation mit Genshin und ich feiere das Spiel selber sehr. Und heute spielen wir das Spiel mal von Anfang an zusammen, okay? Und weil das ein ganz besonderer Anlass ist, machen wir das heute mit Greenscreen. Genug Schamernack. Jetzt spielen wir Genshin Impact. Okay Freunde, ihr habt am Anfang, bevor das Spiel losgeht, die Wahl, ob ihr euch für einen männlichen Charakter oder weiblichen entscheidet. Ihr müsst sozusagen entweder die Bruder retten oder die Schwester. Ich habe jetzt in dem Fall den Ro genommen, also wir retten die Schwester. So, wir sind ganz, wir sind wirklich Level 1. Wir sind Noob und wie ihr sehen könnt, ich greife an. Wusstet ihr, dass Genshin Impact das meist getweetete Spiel ist von 2020 und 2021? Aber das Spiel ist ja auch wirklich krass. Also ich glaube, jeder von euch kennt Genshin Impact. Ah, das ist jetzt ein Teleportationspunkt. Das heißt, wir haben jetzt den ersten Teleportationspunkt und können uns dann immer wieder an den Start zurück teleportieren. Macht Sinn. Drücke M. Also mit M sehen wir die ganze Karte. Okay, das wird wohl das nächste Ziel sein. Statue der Sieben. Über große steinerte Statuen, die über ganz tavern. Tavern ist die Welt von Genshin Impact. Man erzählt sich, dass sie der Gestalt der sieben Götter nachempfunden sind. Reisende können zu ihnen beten, um ihren Segen zu erfahren. Während sie still darauf warten, dass sie eines Tages eine edle Gestalt besucht. Du hast extrem Freiheiten im Spiel. Du kannst hier einfach random hochklettern, wenn du Bock hast. Vorführeffekt, es klappt nicht. Lerne ich das erst noch klettern oder nicht? Doch, er kann klettern. Also. Man kann auch, wenn ihr Bock habt, die Sprache ändern. Ich habe nämlich Bock, das Ganze auf Japanisch zu machen. Oh, das ist 8 GB, das man runterladen muss. Wisst ihr was? Dann lassen wir es erstmal auf Englisch. Passt schon. Okay, da könnt ihr mal die Welt sehen. Wie ultimativ schön einfach. Also, falls ihr Genshin Impact nicht kennt. Dann, Freunde, weiß ich auch nicht weiter. Dann weiß ich nicht, wo ihr euch rumtreibt. So, Freunde, ich zeige euch jetzt, wie man hier jumpt. Hopp. Nein, nein. Kein Fallschaden. Doch, und wie ich Fallschaden bekommen habe. Aber wo ist mein Gleiter? Kommt der noch? Ob die Götter dir antworten, ist natürlich eine andere Frage. Das werden nur herausfinden, indem du mir folgst. Na, dann legen wir mal los. Hey, man begleitet euch das ganze Spiel. Also, das ist sozusagen euer, wie soll man sagen, euer Begleiter. Ihr könnt auch mit verschiedenen Elementen kämpfen. Also, ihr könnt zum Beispiel Wasser mit Strom kombinieren. Also, wenn euer Gegner zum Beispiel nass ist und ihr dann Stromattacken einsetzt, dann kriegt ihr mehr Schaden und so weiter. So, die erste Statue. Level 2. Oh, du hast eben die Elemente der Welt gespürt. Okay, mit E kann ich meine Elementarkraft aktivieren. Das war Wind. E gedrückt. Und bam. Oh, das ist schon sehr, sehr geil. Oh, das ist schon geil. Oh mein Gott. Aber es ist schon... Ach, die Monster sind auch richtig schön. So, die ist unsere Begleiterin. Und die kann man dann auch auswählen. Also, ich habe euch ja gesagt, man kann so die Charaktere wechseln. Und sie ist jetzt ein neuer Charakter, mit dem man spielen kann. Wie elegant sie schießt. Was ist das, ihr Beschwörungsmonster? Okay, Freunde, wir sind jetzt in Mondstadt angekommen und haben Level 4 erreicht. Wusstet ihr, dass dieses Spiel sogar Preise abgeräumt hat für die Soundtracks? Das ist jetzt eine von sieben Regionen im Spiel. Und jede Region sieht einzigartig aus. Also, hat so einen eigenen Style, eigene Gegner. Und die Charakter sehen auch nochmal anders aus. Ein Windgleiter. Genau das Ding habe ich gebraucht. Ich habe zweimal schon Fallschaden bekommen. Mit W aktiviere ich... Ich will doch gar nicht. Oh. Mit Leertaste. Mit Leertaste. Das ist so entspannt. Das liebe ich. Du kannst halt davon allen möglichen Sachen runterspringen. Wollen hüpfen und dann... Also, mit Leertaste hüpfen und dann gleich den Gleiter aktivieren. Beste Feeling. Das Ding ist, ich habe es nicht durchgespielt oder so. Ich habe nur so ein bisschen gespielt. Deswegen, ich weiß nicht alles. Ich weiß nur, dass dieses Viech hier böse ist. Wahrscheinlich falsch, oder? Oh, wie cool. Das ist so Anime-Stil. Das ist so cool gemacht. Wo bin ich jetzt? Oh mein Gott! Oh! Geil! Oh, wie absolut nice! Ich bin begeistert. Also, ich bin wirklich begeistert. Das Ding ist, Genshin ist also ein Spiel. Wenn du spielst, dann musst du es suchten. Du kannst nicht so entspannt mal eine Runde. Du musst es spielen. Du bist halt drin. Du kannst nicht... Du bist drin. Man kann seinem Charakter natürlich auch eine andere Waffe verpassen. Man kann seine Waffe verstärken. Aber das ist so eine Basic-Waffe. Soll man die wirklich stark machen? Okay, komm. Wir wählen... Wir machen es automatisch. Wenn man keine Ahnung hat, einfach automatisch. Und jetzt hat mein Schwert eine neue Stufe erreicht. Hat es auch... Ich glaube, es hat sein Aussehen auch verändert. So, jetzt gehen wir in den Ritterorden rein. Die ist auch ein Charakter, den man, glaube ich, spielt. Okay, Freunde, ich habe kurz gepinkelt. Weiter geht's. Hier ist ein Schmied, der kann meine Waffe verstärken. Beziehungsweise... Da kann ich auch Waffen kaufen, oder? Hier ist das Ohr. Ah, ich brauche Erz, damit er meine Waffen... Ähm... Damit er meine Waffen verstärkt, oder mir Waffen anfertigen kann. Was sollt ihr mehr? Hört euch mal wirklich diese Soundtracks an. Wie absolut entspannt. Ich liebe es. So, und hier wird mir erklärt, dass man wahrscheinlich kochen kann. Ja. Hier steht dann auch drauf, welche Zutat man braucht. Hier ist wirklich einfach nichts vegetarisch. Beziehungsweise vegan. Okay, Ei. Vegetarisch sowieso. Warum nicht? Ich habe halt nichts. Also mir fehlen Zutaten. Ich habe nichts eingesammelt. Aber man kann auf jeden Fall kochen in dem Spiel. Hier eine Einblendung. Dieses Spiel ist plattformübergreifend. Ihr könnt es sowohl auf der Playstation spielen, auf dem Smartphone oder wie ich gerade am PC. Und dabei könnt ihr auch immer denselben Account benutzen. Also nicht irgendwie ein anderes Spiel, eine schlechtere Grafik oder so. Nein, es ist genau dasselbe Spiel. Auch fürs Handy. Was wirklich geil ist. Einmal mit Gleiter. Hui. 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 Okay, Freunde. Hier kommt der erste Tempel. Wir gehen alleine rein. Da kannst du natürlich so raiden mit Freunden. Aber ich habe keine Freunde. Ich habe euch. Was will ich mehr? Was will ich eigentlich mehr? Da muss man jetzt ein bisschen clever sein. Und zwar. Hä, wie mache ich das? Ach, sie macht schon Feuerpfeile. Ja. Bam. Wieso ist das? Das muss doch. Ah ja, geht kaputt. Okay, sehr gut. Jedes Monster hat eine andere Schwachstelle. Manche reagieren empfindlich auf Feuer. Manche empfindlich auf Blitz und so weiter. Der hat zum Beispiel so ein komisches Holzschild. Und wahrscheinlich muss ich das Holzschild erstmal abfackeln. Damit der nackt ist. Genau. Und jetzt kann ich mit dem hier weitermachen. Bam. 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 Aber ich will mit Wind. Nein. Ich wollte mit Wind schlagen. Nein, nein. Mach hier. Und jetzt mit Wind. Mit Wind. Ja. Ich habe keinen Dings. Keinen Mana. Nein. Ich habe keinen Mana. Ihr wisst schon. Das hatte Cooldown gerade. Mein Wind hatte Cooldown. Sind das? Ah. Okay, das ist auch geil. So. Wir schießen jetzt diese Dinger hier ab. Und dann sterben hier alle. Oh. Noch mehr. Egal. In die Fresse. Gib mir Item. Ich will eine neue Waffe. Okay, jetzt habe ich zumindest so Sachen zum Kochen. Wir müssen dort hoch. Kommen wir da hin. Soll ich nicht so von hier so und dann. Ich glaube, das ist ja falsch. Ja. Verkackt. Was ist, wenn ich das hier abfacke? Passiert auch nichts wahrscheinlich. Ah, ich muss das abfackeln. Da ist auch ein Feuersymbol drauf. Ich bin ja so blöd. Ich bin ja so blöd. Jetzt habe ich so einen Aufwind. Das heißt, mit Gleiter. Oh, wie cool. Kann ich da hochfliegen? Und wie hoch? Puh, das war anstrengend. Aber wenigstens könnten wir Jean so etwas Arbeit abnehmen. Bisher konnten wir die Stadt ganz gut beschützen. Das liegt natürlich auch wieder daran, dass Jean immer da ist. Jetzt greift Sturmschrecken aber auch schon das Innere vom Mondstadt an. Die Windrichtung hat sich geändert. Wir werden unsere Strategie anpassen. Ist das von dir? Herausforderung bestanden. Habe ich Level abbekommen? Nein. Aber fette Box auf jeden Fall. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir machen genau hier Schluss. Ich bin jetzt Level 5. Freunde, mit dem ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr Genshin Impact kostenlos herunterladen. Wie gesagt, ihr könnt das auf dem PC spielen, auf der Playstation 4 und 5, auf dem iPhone oder auf einem Android-Handy. Ich bin für heute weg, Freunde. Wir sehen uns wahrscheinlich übermorgen wieder. Passt auf euch auf. Bis dann, meine verspielten Nachtfüchse. Irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe mich so irgendwie angewöhnt zu deppen zum Schluss. Obwohl, ich mag es nicht mal. Das Ding ist, ich lasse trotzdem online. Also ich lasse hoch, aber ich cringe mich von mir selbst. Also es ist wirklich Real Talk, dass ich cringe habe. Also ich lasse hoch und gucke mich am Ende an und sehe, dass es cringe ist. Und theoretisch habe ich jetzt die Möglichkeit, weil es ein Video ist, das zu bearbeiten. Zu sagen, nein, ich mache es nochmal neu. Aber ich lasse es so. Ich lasse es so, weil wenn ich was versuche, euch mitzugeben, dann... Lebt mit dem... Ach, ist egal, Freunde. Wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns, wir sehen uns, tschüss.